Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Kommentar zum neuesten DevBlog-Eintrag. Ja, die DO335 ist auf dem Weg zu uns und ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich bin ein großer Fan der deutschen Zerstörer-Reihe, also von der BF110 über die Me410 und auch tatsächlich die DO217-Nachtjäger-Version. Ich mag die Dinger einfach, es ist eine höllische Feuerkraft in der Nase, was will man mehr. Gerade im Arcade, den ich ja meistens spiele, sind genügend Gegner da, die einen direkt frontal angreifen. Und die Me410 ist mitunter durchaus überraschend wendig, damit kann man so manchen Gegner auf dem falschen Fuß erwischen. Allerdings bezweifle ich, dass das bei der DO335 ähnlich sein wird. Ja, was wissen wir bis jetzt über das Ding? Die DO335 kommt in drei Versionen, davon die letzte Premium. Natürlich ist die letzte Version, versteht sich von selbst, die am schwersten Bewaffnete. Ja, Bewaffnung mit der MK103 30mm Maschinenkanone in der Nase, ist das schon mal ziemlich geil, muss ich sagen. Das ist das Ding, das in zweifacher Ausführung in der Ho 229 und in der Me410 B6R3 verbaut ist. Ich liebe dieses Teil, du kannst damit im Realistischen vor allem Panzer schreddern wie nichts mit der Hardkernmunition. Und tatsächlich gegen Bomber ist sie auch noch mit Hardkernmunition unglaublich effektiv. Ich glaube, ich habe im Arcade mal einen Bomber auf 1,5 Kilometer mit dem Ding abgeschossen, und im Realistischen einen Gegner im Frontalduell auf über einen Kilometer. Also, man merkt, das Ding ist echt böse. Das ist halt, ja, eine sehr große 30mm Kanone, deswegen kann die natürlich auch nur in schweren Jägern verbaut werden. Und da sollte man sich keiner Illusion hingeben, die DO335 ist ein Riesenteil. Das Ding ist so groß wie die Arado. Und auch mit zwei Propellerantrieben, ne, also mit einem Druck- und einem Zugpropeller, ist das Ding immer noch ein verdammter Riesentrum. Das wird also nicht sonderlich wendig werden, das ist definitiv ein schwerer Jäger. Und, äh, wer jetzt denkt, das Teil wird turnen wie, na, Sachen waren, na, vielleicht eine Fokowulf 190 D12 oder D13, nee, wird sie definitiv nicht. Nicht, dass die Deutschen sowieso gut turnen würden, aber das Ding erst recht nicht. Immerhin positiv, wenn man in ein Frontalduell geht und man verliert seinen vorderen Propeller, ähm, ist das dieses Mal nicht mehr so schlimm. Es ist ein zweimotoriges Flugzeug, das ist auch was wert. Ähm, sie wird für ihr Tier, ich glaube, äh, Gaijin hat gesagt, es wird erstmal 5-3 sein. Für ihr Tier wird das ein verdammt fieses Ding sein, auf jeden Fall. Die Kletterrate ist ja auch nicht ganz ohne. Und mit der Bewaffnung, mit der 30er in der Nase und den 220ern in den Flügeln, wird's auf jeden Fall ganz ordentlich gegen Bomber sein. Gut, das wär's zu der Variante. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die, äh, A1-Variante, das eben war ja die A0, die tatsächlich zusätzlich zwei 250-Kilogramm-Bomben und eine 500-Kilogramm-Bombe mit sich rumschleppen kann. Das klingt für mich, ja, nach dem Traum eigentlich hier des Ground-Attackers im realistischen Modus. Äh, nachdem da die Hohe aus dem Battle-Rating ja verschwunden ist. Mit der 30er in der Nase kann man ja ganz gut Panzer knacken, wenn man gut schießt. Die wird ja nicht so viel Munition haben, 70 Schuss war das, wenn ich mich recht erinnere. Und, äh, aber die 500-Kilogramm-Bombe und die zwei 250er, das könnte verdammt unangenehm werden für feindliche Panzer. Tja, zur Premium-Variante. Die ist ja noch ein bisschen anders, denn das ist die mit Abstand schwerstbewaffnete Variante. Mit zwei zusätzlichen 30mm Maschinenkanonen, ebenfalls MK-103 in den Flügeln. Damit dürfte das Ding höllisch fies als Ground-Attacker werden. Äh, würde mich wundern, wenn ihr da mehr als einen Schuss aus jeder Kanone braucht. Vielleicht zwei Schuss, ne, um besser einzuziehen. Aber damit dürfte jeder Panzer flöten gehen. Höllisch gemein. Frontal wird sich mit euch kein Schwein anlegen wollen. Und schnell seid ihr mit dem Ding auf jeden Fall, ne? Was mir ein wenig Sorgen bereitet, äh, das Ding wird nicht lange auf 5.3 bleiben. Ich schätze, sie werden die Doh-335 sehr, sehr schnell auf 5.7, wenn nicht sogar 6.0 hochstufen. Äh, man beachte das Battle-Rating von der B6R3. Und das Teil hier wird noch viel, viel schneller sein. Wenn sie auch kein Eckgeschütze hat. Aber trotzdem. Ich freue mich auf jeden Fall drauf auf das Ding. Ähm, natürlich wird sie... Davon gehe ich aus, in keinerlei Hinsicht, äh, den realen Voraussetzungen entsprechen. Die Höchstgeschwindigkeiten, die hier für das Ding angegeben sind in War Thunder mit, was war das, 700, also über 700 kmh, sind in der Realität so nicht erwartet worden. In der Realität hat man für das Ding unter 700 kmh gerechnet, da, äh, die Höchstgeschwindigkeiten nur mit unbewaffneten Prototypen erzielt wurden. Also wäre noch ein Zusatzgewicht draufgekommen. Und, äh, zusätzlich war das Ding ja geplagt von technischen Problemen noch und nöcher. Durch die lange Antriebswelle für den zweiten, äh, für den Heckpropeller, äh, kam es da immer wieder zu pannen. Glücklicherweise hat das Ding nur mal zwei Motoren, äh, also zwei Propeller, deswegen konnte man immer landen. Im Notfall noch. Äh, aber das größte Manko, das das Ding hatte, wird ja bei uns zum Glück keine Rolle spielen. Das war nämlich der nicht-funktionale Kompass. Ja, tatsächlich ein gewaltiges Problem, das wahrscheinlich für mehrere Tode unter den Erprobungspiloten verantwortlich ist. Die haben sich schlicht und ergreifend verflogen, weil durch, ähm, die nicht-vibrationsfreie Lagerung des Kompasses, ähm, ähm, also zur Erläuterung, der Kompass wird normalerweise, wurde bei diesen Propellermaschinen normalerweise im Zentrum des Flugzeugs angebracht, weil da die Vibrationen am niedrigsten waren. Und, äh, das ist bei der DO-335 logischerweise nicht möglich, weil im Zentrum des Flugzeuges sitzt der zweite Motor für den Heckpropeller, ne? Das war also nicht möglich. Also hat man den, äh, Kompass, äh, für die Instrumentenanzeige in einen der Flügel verlegt, hatte da aber das Problem, dass durch die, äh, durch die Flugbewegung verursachten Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Flügel und Flugzeug, ja, ist so, glaubt mir, deswegen gibt's die Pfeilflügel bei den Düsenjets, ähm, dass dadurch die Kompassanzeige nicht mehr stimmte. Dadurch ist es mehrfach vorgekommen, dass sich die Piloten verflogen haben, bis denen das klar wurde und die dann mehr nach Sicht geflogen sind. Ähm, mindestens eine, äh, eine der DO-335 ist deswegen unbeschadet in amerikanische Hände gefallen, weil der Pilot sich verflogen hat und auf einem US-amerikanischen Luftwaffenstützpunkt gelandet ist. Ja, doof gelaufen. Ja, wie es wussten, also auch schon relativ früh über das Ding Bescheid. Ähm, ja, trotzdem. Ich denke, das wird ein geniales Teil, also, wie gesagt, mir macht's Spaß, schwere Jäger zu fliegen und Zerstörer und eventuell werde ich mir die Premium-Variante zulegen und mal ordentlich unter den Panzerstreitkräften aufräumen. Ähm, zum Schluss noch eine kleine Anekdote, ähm, die Flugzeugklassik hat vor einigen Monaten eine Ausgabe rausgebracht, die die DO-335 zum Hauptthema hatte. Und, äh, ja, da wurde eine kleine, ganz interessante Geschichte erwähnt über einen Erprobungspiloten, der eine unbewaffnete Variante, äh, geflogen hat, zur Überführung in einen Luftwaffenstützpunkt in Bayern. Und, äh, der aufgrund von einer Jägerwarnung dann sehr schnell gelandet ist. Und als er gelandet war, musste er die Maschine auf dem Flugplatz offen stehen lassen und sofort in den Graben hüpfen, weil die feindlichen Flieger schon im Anflug waren. Ja, die haben dann den halben Flugplatz auseinandergenommen und 16 exzellent getarnte BF-109 und Focke-Wulf am Rande des Flugplatzes zerlegt. Aber die mitten auf dem Rollfeld stehenden DO-335 nicht, die sahen nämlich so merkwürdig aus, dass sie dachten, das wäre eine Attrappe. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Anschließend ist er wieder eingestiegen, losgeflogen, dann auf dem richtigen Flugplatz gelandet, denn, ne, aufgrund des Kompasses war er erst beim falschen Flugplatz gelandet. Tja, da sieht man mal, deutsche Prototypen gegen Ende des Krieges waren leider aufgrund vieler, vieler kleiner Mängel nicht mehr wirklich zu dem in der Lage, was man sich von ihnen gewünscht hat. Nicht umsonst wurde ja die Erprobung und auch die Produktion der DO-335 am Ende zugunsten der TAR-152 eingestellt. Noch so ein Ding, wenn die endlich mal richtig funktionieren würde. Naja, das war's von mir. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Auf die DO-335. Ich werde mich mit dem Ding kräftig austoben und würde mich nicht wundern, wenn ich mir sogar ein, zwei Tage Premium dafür mal wieder zulege. Ein bisschen Gold habe ich ja noch. Und mal wieder ein Flugzeug so richtig schön schnell durchpauke. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Für Russ und den Allvater. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.